Ich muss das Video jetzt mal anfangen, weil ich da auch viel gelaufen bin. Wenn ich das Video gesehen habe und da anfangen habe, auch mal klar regieren. Da bin ich jetzt sofort aufgerastet, weil mein Padlet auch angefangen hat. Das Ding ist einfach geurteilt, dass jetzt alles heil ist. Ich muss das Video nochmal anfangen, weil es einfach schief gelaufen ist. Aber es ist auch egal, weil ich um Gameblogs gehe. Da ist auch mal ein kleines Regier. Ich habe zum Lesen, ich reagiere heute auf meinem alten Kanal. Gehen wir auf meinen Kanal. Mein Kanal sieht genauso wie diesen. Ihr könnt euch mal angucken. Ich erzähle euch kurz die Geschichte, wie ich mit dem Kanal angefangen habe. So, ich habe den Kanal. Am 4, wann ich mich wirkte. Am 18 habe ich meinen Kanal gründet. Das heißt, am Anfang habe ich Musik immer. Da habe ich dann Karolspiel, Badspiel, Sommer habe ich, so sagen. Dann habe ich entschieden, ein paar Jahre später, drei Jahre später, habe ich dann entschieden, dass ich mit meinem Team, also Kreuz, kann ich mir anputzen mit dem Video machen. Das heißt, dass ich einen Sachen kaufe, in diesem Eugang vorstelle. Ja, dann, irgendwann habe ich mir gemerkt, oh, da war immer etwas, wenn ich meinen Kanal ergänzt habe. Da habe ich dann die Fünder, ich habe noch ein Abonnenten gemacht. Dann habe ich Geld bekommen, also ich habe mein Geld im Examen gespare. Dann habe ich gesagt, ah ja, ich glaube, ich hole mir meinen Nijkaft. Also das heißt, ich war im Urlaub, ich glaube, ich war im Österreich, also ich war damals in Österreich. Weiter ran ging, war ich in Georg. Und da haben wir einen Aufschluss gemacht. Also ich habe mit meinem Freund einen Aufschluss gemacht. Und da haben wir gesagt, also ich zu mir gesagt, oh ja, ich glaube, ich habe meine Mams gesehen, Nijkaft, genau die ich auch habe. Ich habe gesagt, ich glaube, ich habe meine Frau gesagt, ich habe meinen Nijkaft. wie in der Janka, was ich will. Dann habe ich gesagt, ey, ich gehe mit mir kaufen. Ich habe gesagt, hey, ich geh mit meinem Geld, ich habe nicht mein Geld, ich habe nicht mein Geld mitschlusses. Weil, ich könnte mir einfach sagen, wenn ich mir meine Freunde füllen will. Dann habe ich gesagt, ne, ich bin mir egal, weil, schüler schüler. Dann habe ich gesammelt, bin geladen, dann habe ich diesen Käpt gekauft, weil 30 Euro ist ganz schön arg für den Käpt, aber ich bin jetzt für 30 Euro für den Käpt, aber jeder hat seine eigene Meinung. So hat dann diese Karate angefangen. Meine Mutter hat dann auch gesagt, sie hatten mir einen Pass, aber egal, jeder hat seine eigene Meinung. Ja, genau, so gegangen, abgelaufen, zu dem ich die Gamehold habe, sondern ich kriege meine Gamehold an meinem alten Bio. So, meine Mutter will mich sowieso rum, sondern ich lege hier los. Hey Leute, herzlich willkommen bei Dippenhaus im Apfel. Ja, ähm, ja, ähm, was ich da auf den Unterschied finde, ist, da ich, ähm, ging, ich habe mir ein Bett gekauft, da ich mich so mache, also ich habe mir so Hunger gemacht, ähm, ich habe mir auch extra Haltung gekauft, ähm, ich zeige euch noch mal, ähm, 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 also, kann ihr auch, ja, es gibt auch YouTube-Bahn, die filmen dann, und dann sagen die einfach, ähm, dass die dann, ähm, Kamera und Kamera filmen, ja, so. So, Leute, ähm, da ist mein Halterum, also, ich habe mein Padlet gekauft, und mein Halterum, ja. Speedlager herbekommen bei Gippenhaus im Apfel, ja, ähm, ihr seht, ähm, dass ich gerade in meinem Rearbeid bin, also, ähm, ja, ähm, ihr könnt mir auch mal meinen Kanal geben, ist ergeling in der Schreibung, der Video heißt, ich reagiere auf meinem alten Kanal, ja, ähm, ich will euch mal was zeigen, um, ja, jetzt zeige ich euch mal, ja, ähm, ich glaub nicht, ähm, ich bin gerade am Rearbeid, Turku-Leute, ich meine euch, ich meine euch, ja, ähm, ich habe hier einen Halterum gekauft, also, ich habe, Sie müssen, habe ich auf Weiden geschenkt bekommen, hier gepackt lassen, hier könnt ihr euch mal angucken, ja, gepackt lassen, hier einfach schön, weil, ja, kein iPad haben, ja, weil iPad ist einfach blöd, also, ich kann euch so weit empfehlen, weil, Apple ist scheiße, weil, einfach blöd ist, und, ja, ähm, wie gesagt, Leute, ich schreibe euch das Video ab, da könnt ihr angucken, ihr könnt mir jetzt, ähm, 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 ehrgeling in der Schreibung, hätte ich euch mal das Video, also, das Video heißt, ich reagiere auf meinem alten Video, ja, und, ja, so, ich finde es einfach schöner, als mit Handyfilmen, auf jeden Fall mache ich dann abputzen, und, ja, was ich jetzt nicht gegeben, als ich heiße, ich werde auf dem Kanal, am besten Kanal werfe ich auch anderen Leuten reagieren, ja, aber vertellt euch einfach mal, so, das war ein Video, für euch, Leute, wenn ihr euch Wir schreiben auf die Like, das war cool, lasst einen Abo da zu abonnieren und das war das Video. Ja, bevor ihr jetzt zu sagen, warum ihr den Amazon-Thema habt, ich habe die erste Video abgeschickt vom Vegan-Kanal, können wir meinen Padlet angucken und weitergehen mit dem Video. So, wo war das? Hier. Am Anfang war es so, dass man immer so macht, also immer hinten. Und da es so einfach attraktiv ist. Ihr könnt mir angucken. Ich habe eben produziert. Am besten lang, ich mach mal hoch. Und dann kann ich mir mal angucken. Ja. Ähm. Jetzt geht mir ein kleines Story. Jetzt zeige ich euch, wie ich meine viermal hochlage. So. Ich gehe auf YouTube. Und da. So. So. So sieht das Ganze aus. Ja. Okay. Ich habe mit meinem viermal. Äh. Ich habe. Euer Video. So. In meinem beiden YouTube. Und. Perkau. So. So. So hat ihr Video deockt. Er. Er gelingt, also bei der Link in der Beschreibung. Er! 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 Dann schreibe ich immer manche Grüngevogel, also im Kanal, was cool ist. Dann schreibe ich Jahren, seit am Würgte eine Vierfammte Würgte. Ich schreibe mir, also Würgevierfammte Würgte. Ich schreibe die Grüngevogel, 2018. So, so wäre ich ganz entschieden. Dann schreibe ich hin, gibt ein Traum, und ab dem ich ein, Deutscher muss am Bus sehen, wie super. So, so läuten wir die Klage ab. Dann schreibe ich immer cool, mal Alter hin, aber da halt mit. So, dann schreibe ich hin, ja, ein Abo da, und in der Abo geladen, super, wo mir bleibt gelassen. Ach, dann verschieben. Wollt man uns in Gäste haben. So, dann bin ich fertig. So, da habe ich jetzt die Bio hochgeladen. Einfach mal angucken, wie ich das mache, um, ja, so. Ab jetzt mache ich mal, ähm, mit dem, wie, ähm, also ich kann die Bio angucken. Ich brauche auch ein bisschen, weil so mit dem Handy, so fehlen sich einfach Outlook, aber es ist heiß. Es ist heiß, es ist für unterwegs, die große Kamera ist für zu Hause. Ja, ähm, was, bevor ihr, ähm, den Himmel kurz habt, ich, ähm, den Film habt, Gebar auf meinem ersten Kanal, ja, da ich euch gesagt habe, um, den Film habt, dann geht mir hochgeladen. Ja, bau auch ein bisschen Grabenkurs, und dann gehen wir uns gleich wieder. So. Ja, was da am besten, ich sag, haben ist, ihr kommt, ähm, ich sag, was ich übermerke weiß, ihr kommt da, gucken, ja, wann das Bio hochgeladen ist. Ihr seht, ihr bist von 100 bis 259 E-Barbeis, ja. Das heißt, E-Barbeis heißt, ich mache mal 10, ja. Also, ich bin ein Gebauer. Ähm, deswegen gucke ich da, weil es da war, wo es hochgeladen ist. Ja, gar kein Gucken, wann es Bio online ist, oder gar kein Gucken, wann es fertig ist. Ich finde, in meinem Leid noch, ich finde es super, ähm, weil es einfach super ist, ne. Ja, bin ich voll 15%. Wobei, das muss man. Und, ja. Ich darf ein bisschen rumbeißen, wenn ich meine Haltestunden dran bin. Und, ja. Und, ja. Jetzt bin ich bei 170, 180, jetzt bin ich gleich bei 190. Woah, wo man sich vorlässt. Und, gleich haben wir geschopft. Und, êtes du jetzt 121! Und, ynstel... Und, meinst du denn, du faire irrasch, gew сов hemd fennst her görece LOT mindset tall. Und, das finde ich nicht zu Eugene suche trocken, Schreibt mal in den Kommentaren, ob ihr es angeguckt habt, dann schreibt ihr euch live von mir. So, gleich haben wir geschafft. So, gleich ist fertig. So, ich bin fertig. So, sagen wir, oh, ich ging an und sage, warum gar nicht werfen wir uns denn, weil ich euch zeige, fragt wir am Ergebnis und gar frage Werbung, ich gehe weiter mit dem Video. So, kurze Einblick, guck mal meinen Blick an. Ja, ähm, was ich da als Unterschied finde, dass Padleg einfach super praktisch ist für Video-Greben, weil ich mich so hinstellen muss, dass es gleich am Anfang ist, ja. Ja, ich weiß nicht, ob ich die Kamera gehört habe. Ähm, so ist es einfach nicht gut, weil, ja, es ist einfach kein Ungemeiner Tag. Okay, Leute, herzlich willkommen bei Gipshausen A5. Ja, wie ist die Video, hier folgt kein Amt, also kein? Ja, ähm, war ich da rege. Ich, da, äh, kann, ähm, äh, mit anfangen, ja. Ja, ich habe gar kein Musikgebild, sondern ich habe gar, äh, die Anführung gemacht, eben mein neues Cap. Ja, ich schwöre euch am, ähm, ähm, am Ende der Amt, ja, habe ich gesagt, um, ähm, ähm, Cap zu sein. Und dann habe ich gesagt, oh ja, ähm, die Cap euch zeige ich mir wieder, weil die Cap euch zeige, war, mach ich weiter zu dünnen im Laden und verkaufen, dann habe ich sie geholt, hab ich raus, ich war, dann habe ich sie halt geholt, dann habe ich sie. Ich sehe, wir haben heute eine Antwort zu mir, ja. Die Cap, was ich euch zeige, gebt mal einmal in mir, und bald gebt mir immer umtausend, und rücken, zeig euch mal einmal, ja. Ähm, bevor ich mit dem Video anfange, und rücken. Diese Video ist am liebsten in meinem Kanal, weil das einfach super ist, weil, ich mache ja Werbung mit Leuten, ne, weil ich jedenfalls euch zeige, ja, das ging auch für Geld, ne, weil so mehr Videos kreiert, ja, egal ob ich da, oder hänge ich, egal was, das wird immer erkannt, ja. Ich habe so 93 Abonnenten, ne, 94 Abonnenten, und, ja. Ja, und dann gibt mir eine kleine Ankündigung, so, ja, ich bin ja bald wieder weiter rum, und dann will ich ablicken, ja. Ja, ich möchte mich ja auch nicht mehr. Ja, ich möchte mich ja auch nicht mehr. Also, ich werde ein Biochem, also, ich werde ein Biochem, wie man es anpasst, also, ich werde euch erzählen, also, ähm, die Themen umarbeitet werden, prozessiert werden, ich werde euch ein paar Bilder machen, dann samt schneiden und wir hohen lassen. Ja, das war super gut, Leute, das war euch. Ja, ich habe da, ähm, ich wollte da am 4-igen Wörter bei Kampansi Bio, weil ich euch mal ein Rache zeige, also, prozessiert, gab es mega lange Abonnenten, also, hab ich so einen Alpenhaut drauf. Ich wollte da am 4-igen Wörter, wollte ich da ein Absolument machen. Das heißt, ich wollte drauf gehen, wollte Bilder machen, um es da wieder hochladen, und, ja, so, ähm, wie ich wollte, den Kanal wieder geben, um, gehen wir weiter. Ja, ich wollte ja zeigen, weil ich jeden Jahr erlebt habe, um, ähm, was ich habe. Das heißt, wir werden ein kleines Sammelshaus machen, ja? Das heißt? Genau, Leute. Genau so ist es, Leute. Ich kenne auch so, ich gebe auch andere Hüsefahnen, ähm, die wir auch zusammenfassen machen, ja? Das heißt, ähm, ich werde bei jedem Video, also, ich werde jetzt manchmal leider jeden Jahr, ähm, zusammenfassen machen, kann ich über euch sagen, und zeigen, was ich erlebt habe, um, zu sagen, warum ich das gemacht habe, und was mir gerade gefallen habe, und zu sagen auch, was ein Highlight war, weil ich alle die Wichtigsten mal sagen, was ein Highlight ist, ja? Und, ja, um, gebilden, gehen wir weiter. Das Video heißt, ähm, legt her, kein Anpassung aufgenommen, weiter um 18. 1. 1. 1, wenn ich euch einspannen im Video raus habe, dann geht mir euren Länge ein oder speichert euer Handy ein oder speichert euer Kopf, oder was ich jetzt ... oder, ähm, ja, 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 euer Kopf speichert euch mit einem, Ja, ich kann mal los, weil ich heute denke, ich habe einen Zettel auf, und ja. Zettel, um 9 Uhr, 104 Uhr. Ja, da kommt der Zettel. Ja, ich erkläre euch, warum so ein Zettel auf und ja. Ja, jetzt erkläre ich euch, warum ich so ein Zettel habe. Weil, in der halben Zettel heißt, dass ich mich da freue, ja. Also, wenn ich dann wundern, warum ich ein Zettel habe, weil ich mich Freude habe, und dass ich mich auch wieder kommentieren kann, ja. Weil, mein Leben ist von Klassen auch dabei, ja. Ich weiß, die Grünen so, ich weiß, die Grünen so mit Klatschen. die Grünen so, aber ich finde das Klatschen besser, weil Klatschen ist einfach anfangen zu viel. Weil, es gibt ja immer auch auch für den Korbgang. Da können wir besser auch im Spiel kommentieren. Da kriegt ihr keine Kopfschmerzen, ne. Und richtig, das ist auch ungelaufen für den Bio. Weil, das heißt, auf so viel ist die Klatschen, so mehr ist es ungelaufen, ja. Das heißt, wenn dann, das heißt, mit mir ist dann auch ungelaufen, auch abhängig von anderen Leuten, ja. Wenn man einem anmacht, dann bin ich ruhig, ja. Weil, das heißt, wenn man einfach zum Zoom ist und einfach spart man. Weil, Klassen tut man eigentlich nur, wenn man sich freut, oder wenn man ruhig ist, oder wenn man Applaus gibt, wenn man im Konzert macht, oder wenn man Musik macht, oder wenn man auch Bock hat und Klatschen, oder als Hobby, sondern das gibt auch anderen Gründen, wenn man Klatschen tut, ja. Das heißt, auch gut so im Bio, also die Lüsebanken tun auch so, ja. Oder, ich sag noch gar, wenn man auch, ich besser auch Arbeit kommentieren kann. Oder, halt, ich einfach gefühlt habe, ähm, ja. Ich höre aber, ihr wolltet, zum Ausgleich, und dann wenn man Teller isst, oder wenn man schon Laume hat, und so. Aber, ihr lebt bei mir so viel rum, und dann, ich gebe mal, ich weiter. Ja. So. Was ich euch zeigen will? Einleitwerke. Hier habe ich bei Snipes gekauft. Ich gebe jetzt mit mir verkaufen, ja. So, mit der Teil und Ausführung gibt es mir wieder. Weil, pro Cap, teilweise bei Snipes gibt es mit mir, äh, ja. Also, halt, ich werde in dieser Form mit mir geben, ja. Die habe ich 5 Euro bezahlt, ja. Also, 5 Euro. Ja, 5 Euro für Cap, ja Leute. Ja, ähm, was das Fehler war, ist, dass, ähm, die Lampe, also mit G, sondern die andere, dass die bisschen heller war. Weil, ich gehe mal erstmal mal zurück. Ihr seht immer mal, ja, dass sie auch einfach warm weiß, ja. Aber ich aber mal, ja, weil ich sie gelb, ja. Weil ich siehe mal eben, was die Lampe, also die Beemer gelb ist und die Warmfarbe gelb ist. Das wegen, ich habe Paco-Deview damit zu. Das wegen, ähm, ihr müsst mehr aufpassen jetzt. Ähm, ja. Was gerne auch aufpassen, ist, ähm, dass der Mietverkauf steht. Das heißt, Mietverkauf heißt Miet, ne. Aber, was mich richtig aufregt, ja. Ich begann, ähm, manche Zuschauer auch so mal rummachen, ja. Ähm, das ist auch immer schlimm. So, und der, äh, Geil und Aufhörung gibt die Mietverkauf wieder. Weil, Brotkämpf, die alle, was bei Schneider gibt, gibt es nicht mehr, äh, ja. Also, heil, ich bin hier mega schock. Ja. Ich habe 5 Euro bezahlt, ja. Also, 5 Euro, jung und makuliert beim Kämpf. Der eigentliche war, egal, nicht zu feiern, ist, dass es so ein bisschen herbogen ist, aber... Ja, das ist der eigentliche war, nämlich feiern. Ja. Der eigentliche war, ist auch ein sehr feiern, ist die Zeichen, die da draußen müssen, die bei mir und die bei mir aufgegangen sind. Oh ja, das ist der eigentliche war, ist richtig, richtig feiern, Leute. An dem ich habe, dass die Zeichen so cool gemacht ist, so wie es trick ist. Ja. Ähm, warum ist die Feuer? Weil es einfach super ist. Weil es sehr cool ist. Auch für Wapper ist es auch sehr. Aber ich finde, manchmal so bohren, ab wo sie gehe ich, so mich auch. Weil ich schmecke das besten, also Respekt gehabt, wo ich gehe. Und, ja. Was sehen kommt, muss ich mir immer auch super Ereignisse für Sport, Shopping, also mit Shopping, sogar... Das hat mich gar mehr zu tun, Leute. Ja. Ja. Super für den Sommeragab, Leute. Leute. Wenn ihr dieses Kaffee macht, wo gibt es die Mitmacht zu kaufen? Ja. Ähm. Genau. Ich finde ja mega stark, dass die Mitmacht zu kaufen gibt. Weil ich wollte die eigentlich nachkaufen. Weil ich wollte die auch für meine Kollegen kaufen. Ja. Ja. Als Gego wurde gekauft. Die war mit mir da gewesen. Ja. Sag ich jetzt lieber. Ja. Ich finde jetzt mega stark, dass diese Kaffee mit mir zu kaufen gibt. Weil es geht an meine Farbe und meine Aufführungen, die man auch nicht so selten sieht. Auch mit denen sieht man auch nicht so selten. Ja. Weil es gibt auch eine schwimmere Alte. Aber ich habe mich gar nicht zu tun. Das ist cool. Geil. Und ich soll mal tun. Bei Hausarzt. Ich habe ein Cap. Bei mir ist einfach egal welche Farbe. Aber man ist teuer sein, Leute. Ja. Bei mir ist man teuer, Leute. Ja. Weil ich kaufe mit Sachen, die mir cool aussehen. Und ich kaufe Sachen, die mir teuer sind. Ja. Weil. Mein Spruch ist kaum mehr kranker Hüsebärm. Also Hüsebärm. Ich bin auf diesem Kanal. Und auf diesem Kanal. Ja. Ich habe den Abonnenten gelassen. Ja. Also gelassen. Deswegen lasst ihr gerne einen Abonnenten abonnieren. Like lassen. Und schreibt euer Mann in den Kommentaren. Und schreibt übrigens meine Kommentare. Ob ihr das Video mal angeguckt habt. Oder haben mich. Anfängt macht ihr so Handzeiten im Video. Das heißt. Ich habe schon gesehen. Das heißt. Ja. So mittel. Das heißt. Mir sind sehr gemerkt. Aber ich gucke mal nach. Ich glaube. Los Angeles. Ja. Da gibt's ja. Zu einem ja. Da gibt's ja. Na ja. Also. Ja. 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 Ja, in den nächsten Videos werdet ihr euch sehen, was ich schicke mit den Räfern, aber da muss man auch sehen, wo ich gucke. Ja, was ich auch sehr, sehr sagen möchte, das ist der Schicke, der wir euch sehen wollte, mit dem Cap, also mit dem Räfer, wo ihr euch die Schicke gesehen habt. Aber das Problem war, dass ich eine lange Geschichte war, die ich mit der Amerikaner erzählt habe. So lange war die Geschichte, aber ich lass lieber bei der Geschichte erzählen, mit dem man ging, und guck mal mein Blick an. Also hier war bei der Geschichte, weil man angucken muss. Ist auch so komisch. Ja, selber angucken. Kennt ihr so, manchen Frauen, wo man einen Spiegel hat, und da gucke ich mich selber an. Ja, ich finde das einfach komisch. Guck mal. Oh, was ist das? Ja, ich nehme mal Albert Walcker. Ähm, guck mal. Ja, die können wir mal ganz näher angucken. Ja, die werden mit Nab, bitte mach kurz. Ja, genau, ich habe gekauft. Ja, genau, ich habe gekauft. Ja, genau, ich habe gekauft. Ja, genau. Ja, genau, Leute. Ich habe so eine. Ja, genau, Leute. Ich habe mir mal gekauft, da ist geflügt, Leute. Kaum, niemals, Leute. In dieser Marmothek. Weil da, da habt ihr mich so am Kopf mit so blöd, ist da ihr nicht so, so für Leute. Mit so Uke Marmothek. Ich habe ein ungeschlagen Gefühl, es gibt ein bisschen mehr Geld auf. Deswegen gibt es euch für Käpten ein bisschen mehr Geld auf. Es gibt so ein bisschen 3 bis 4 Euro aus, weil es die Besatzungsgeber auch hat. 3 Euro kostet, deswegen vermute ich sie auch nicht jedes Mal. Ich finde es manchmal nur 5 Euro für Käpten zu billig, deswegen gibt es ja abgefragt, mehr auch so 3 bis 4 Euro, ich will auch einfach für 100 Euro kaufen, ich habe auch kein Problem mit dem Geld, ne? Ja. Ja, ich kann euch empfehlen, aber ich soll euch empfehlen, sondern ich gehe heute nur um diese Klappe, ja, eigentlich war ich auch, Sonja, Marc ist auch gekommen, klar, also ja, 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 genau, das, das spielt euch auch ein bisschen, Leute, das ist, ich komme klar, sehr mag ich eigentlich, was ich liebe, auch, klar, ne? Also, meine Farbe, ja, über Gamecube, genau die Farbe, die mache ich sehr, ne? Aber weil ich meine Schuhe, genau die, was ich sehr mag, ne? Kommt klar, man ist hier mehr als gelb oder grün, weil Kommt klar ist, das sieht man cooler aus. Ich habe ja entschieden, dass ich eine Gießfarbe und diese Aufführung kauft. Ich wollte die rot kaufen, aber rot war mit meiner Hose, weil ich war hinten geschlossen. Ich finde, ich bin super eilig für meinen Jax. Ich habe als Jäger geworfen, aber ich habe immer mitbekommen. Ich habe gesagt, warum ich mir dieses Shop gekauft habe. Ich kenne einmal das beste Freund von mir, das ist ein Jäger. Deswegen habe ich gekauft. Ich habe einen Jäger gekauft. Ich habe früher mit ihm zusammengearbeitet. Da habe ich mich beworben, dass ich da auch auf dem Jax gehe. Ich bin auch da mitmachen. Das heißt, ich habe ein Jäger gekauft. Ich habe einen Jäger. Ich habe einen Jäger. Bei den Kommentaren, wenn ich da hinweg rauskomme, sind die Spielsfarben mit mir zu achten. Das heißt, wenn ich so gut aufgeregt habe, ist, dass ich so ein Färben sehe. Ich habe ihn gekauft, weil er ist auch mit einem rasseren Logo, mit einem Kommentar-Singer-Funk, ist einfach super, weil ich passt auch zusammen. Ich habe auch gepasse mit einem Baukasse, habe ich auch schon gekauft. Beidem habe ich sie gekauft. Ich habe auch eine Passe mit Jacke, ich habe auch eine Passe mit Hülle, ich habe eine Passe mit Cap, ich habe eine Passe mit Blablabla. Aber ich will mich hoch verstehen, weil es einfach nicht so schön ist. Ich habe einfach einen Weißpaß, deswegen habe ich sie gekauft. Ich werde sie immer mal nachkaufen, eine andere Farbe, aber so ist ja mein Ding. Ja, das ist auch sehr, sehr Thema. Hier könnt ihr euch mal angucken. Ja, das ist auch eine Sache, die wir auch sehr abgeln. Die Antwort ist, dass man so Caps kann man sehen, weil es geht ja so runter. Es geht ja eher die Firmen, also die Rohm und so Sachen, und geht dann hier so runter. Und das mag nicht so sehr. Weil die beiden so bei 4-3 Euro Caps, die sind immer schön. Weil wenn der so runter geht, also der so schieb ist, der so schräg ist, ja. Der sieht mir cool aus, sieht mir schön, auch wenn man auf dem Kopf trägt. Das heißt, wenn der so schieb ist, der so schieb ist, der so schieb ist, der so schieb ist. Weil ich finde es besser, wenn man so oben bleibt, finde ich es besser. Und hinten bin ich auch so. Und hinten bin ich auch so. Hundertstelle, da kennt man, ist auch gar mehr gewesen. Weil die mitmessen auch bemüsten. Weil die dann mal im Schrank stellen und dann jemanden wieder aussetzen. Ich habe eine große hier, also eine Lenkroße, die kann man so ziehen. Also einfach, somit auch diese Caps ist, dass der Seisen, also der Logo, dem Logo, einfach orange ist sehr schön. Ja, ich habe es. Ja, Leute, das war mal sehr, weil ich sehr an diese Caps mache, auch sehr feuer. Weil die Caps sind so heißen, ich mache mir mal zurück. Ja, bei mir auch die Caps kann man so sehen, dass hier der große Lug, also wo wir hier und am lieben, auch die Lug ist, sie sehr feuer. Weil es sieht cooler aus als die Firmen. Ich kann alles haben. Man kann ganz drauf sein, kann ganz drauf sein, kann ganz drauf sein, kann ganz drauf sein. Wie ich sage, ist auch egal, wie es aussieht. Hauptsache, die Meinung ist, bin ich, was ich habe. Weil die Kinder, die haben einfach gar nichts. Weil, ich kann auch groß sein, da ich Geld habe und da so teures haben, kaufen. Weil ich habe einen Pettler, ich habe ein Handy, ich habe eine Wohnung und so weiter. Ja, deswegen feiert es, geht es logisch her. Weil, früher kommen die mitleiten, weil ich Geld mitgezogen habe und da ich klein war und jung war und meine große mitgegeben habe. Und deswegen habe ich dann diese Caps gekauft. Und dann habe ich es, ja. Scheißen, also das Logo und dem Logo. Einfach orange, sehr schön. Ja. Ich habe es zu Captain Me sehen, ja. Ich habe es bei Hamburg im Tiershop, ja. Oh, ja, genau das. Ja, mein guter Traum wäre, ich war mal in Hamburg und da bin mal shoppen gegangen. Also bei Hamburg, shoppen als Urlaub gemacht. Und da gibt es einen Shop, da gibt es einen Tappen, genau das kleine Händler, wie die, ja. Und da gibt es so Farben, Aufführung und Preise, die es nie in Kauf nicht gibt. Ja. Im Gegenteil. Neut, gelb, pink, lila, grün, orange. Und dann gibt es auch die Logo, von der Alme, die immer, die auch nie in Kauf nicht sind. Ja, die sind alle zusammengegangen. Aber ich muss die einfach, ich will mal alles sammeln, um hin zu einem Amt zu gucken, weil Geld langläuft. Das war ja sehr gut geteilt mit den Kellern, aber weil ich auch sehr, sehr, sehr aufgeregt ist, weil ich ja kein Logo habe auf dem Kanal, ja, also kein Profit bin. Ich erkläre euch warum. Weil mein Onkel, ja, als ich da mein Handy bekommen habe, hat mich dann hier dann so eingerichtet, dass ich ja nicht machen kann. Das heißt, ich will mir ab 18, 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 ich will mir ab 18 angucken. Ja. Meine Mutter hat auch gesagt, ich will mir gar nicht machen sollen, aber ich will mir hoch erzählen, weil ich will mir einfach schön zu machen. weil meine Familie guckt auch mein Video und die Bildung wird eure Ruhe versiedeln. Ja, da komme ich dann mit den vier Bildstellen. Ich bin da im G-Kai 7V 5 auf 5. Hier ist eine Beschreibung. Hältst du auch mal, wo ihr die Schriftmutter umkommt? Ja. Und maßweise guckt ich für mich kein Euro. Aber dann fand mein Paar wohl teuer. Ja, ihr wisst ja, ich bin noch nicht volljährig. Ja. Aber ich habe euren Einmaler-Bio. Ja, das ist auch die Sache. Ich erkläre euch meinen Zuschauer, die wird mir keine Schriftmacht sind. Ich denke, laut ist das, darf man ungeachtet mich kaufen. Das heißt, ihr dürft mich so, ich kann mir Sachen kaufen und ich kann mir Beträge abschieben. Das heißt, ihr dürft keine Karte abschieben, ich muss 18 Euro kaufen. Ihr dürft kein Handy kaufen. Ihr dürft kein Call of Caps kaufen. Und ich dürft kein Fernseher kaufen. Kein Wohnraum haben. Kein Auto kaufen. Mit Locker spielen. Wie zu sagen. Mein Scherz ist mein Mietgeschäft, weil wenn ich 18 bin, gab es die Schriften, die bei mir eng und stümmern, was sie kaufen sollen, was sie kaufen sollen, und dann mich kaufen. Ja. Weil wenn du mein Scherz kaufst, muss ich einmal erwarten, weil ich 18 Jahre alt bin. Wobei mit dem Pullover, ich wollte sie kaufen, ich wollte sie kaufen, ich wollte sie kaufen, ich wollte sie kaufen, ich wollte sie kaufen. Ja. Weil, wenn sie dann, ich weiß, wenn sie ein Unterastnimmiger einfach verkaufen, ja, egal, egal, kein Handy, oder sonst was, ja, da haben sie schraubbar gemacht. Deswegen, ähm, wenn ihr Eberkauf, wenn ihr mein Video guckt, und im Gesamtwachs, wenn ihr Eberkauf und folgt, braucht eure Eltern, oder, ähm, eh ein Person, der euer Bruder, Schrägter, Onkel, Eltern, von mancher Familie, eh ein, der über 18 Jahre alt ist, ja, und wenn ihr über 18 Jahre alt ist, muss ja, ganz, ganz, regelmäßig weiter sein. Ja, aber, ihr habt ja, mit dem Video, mit dem Tun, sondern, mich halt, dem heute, auf meinem alten Kanal. Ja, das über 18 Jahre alt ist, warum ich mit Feuer bin, und warum ich auch mit Magikar, ja. Und, in dem 4. Video, wer euch lernt, ja, zwei Regeln, die man sich, ähm, sehr schön, ganz, 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 scheuer aus, ja, alles, und, das nicht? Ja, 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 das ist auch sehr klar, weil wenn ich ganz, 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 finde ich ganz, 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 das ist ja 아침, ganz, Ghêngiandjee, bartён Mail, Wer war so zu finden, damit Ufällen zur Einfrau, weil das kann die Schirme verbogen, also verbiegen und kann kaputt gehen. Deswegen würde ich euch niemals empfehlen, euch die Cap dann an der Runde zu setzen. Ich sage immer so rum, weil die einfach cooler aussieht. Genau. Ja. Ähm, die Cap ist super eignet für Schwimpern oder für Ukelaume. Ja. Ja. Ja, genau. Das ist auch so eine Sache, die ich sehr sehr wissen will. Die Antwort ist, dass Cap, also Cap sind einfach gegenseitig und müssen jemanden aussehen, ganz cooler aussehen. Ich habe auch Ukelaume bekommen, um auch Ufällen im Sommer zu essen, um einfach einen Ausblick zu packen. Also ich finde, mein Männchen finde ich Cap einfach cooler, weil so Wintermüsten ist einfach für Winteradker, aber es gibt auch Cap, die sind auch für Winteradker, aber ist auch eher egal. Ja. 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 Ich bin dann so heilig, also so Einklitzer. Und dann muss ich gucken, dass dann so Rage ist. Und dann kann ich meinen Großen die mit mir umkaufen. Ja. Ja. Was da am Anfang zu sagen wäre, da ich da meine Zeit habe, also ich habe gesagt, wie ich da meine Hose anschaue, also wie meine Hose anschaue, weil ich kann mit Cap zu aus. So, wobei die hier sind mein Papa, die hier sind mit Ufällen, die sind einfach schiefen, weil die hier, die sind einfach oben, also hinten bei Ufällen, sind einfach zu. Aber ich mag Schmerzimmer, weil ich mag sehr gerne mit Schmerzimmer, weil da kann man Ufällen und da kann man auch Hose aussuchen und dälen, wie man möchte, weil jeder einfach seinen eigenen Schmerz. Ja, weil jeder halt Schmerzimmer hat, weil ich mir auch egal. Ja, ich finde ich, ich gehe nicht so. Ab, ähm, ich werde ab nächstes Jahr, ich war nicht bei der Tagung, ich werde, ich meine Anpassungsmöglichkeiten machen. Ja, ich habe, ich habe, ähm, also ab dem Jahr kommt meine Anpassungsmöglichkeiten raus, ich werde meine letzte Anpassungsmöglichkeiten dieses Jahr. Ja. Ich werde abdecken, ich habe meine Antwort zu mir machen, das heißt, ich werde meinen Job tausen und meinen Simon machen. Oh Leute, ja, ich hoffe ich habe meinen Papa mir auf der Kamera gesehen. Was ja auch sehr, sehr gerne wäre, das gefällt mir mein Abschluss für jedes Jahr. Ab dem Jahr werde ich neu anfangen, das heißt, mit meinem Cap zusammen werde ich neu anfangen. Mit meinem Schuh werde ich auch neu anfangen. Das heißt, ich habe mein Geld zusammen gespart und da werde ich mir einen Cap und einen Airbus kaufen. Die Airbus, die bei mir holen will, kommt mit meinem Geld und die sind auch cooler aus. Ich werde euch am nächsten Jahr vorstellen. Ja, bevor ich das Video eingeführt, gibt mir eine kleine Ankündigung vor. Ja, ähm, warum ich nicht schlugge? Weil ich auch, also Airgab war kaum anfangen. Ich werde euch eine neue Ankündigung geben, weil ich mit meinem Geld, also mit dem Kanal. Und dann, ja, auch dieses Kanal, wenn euch das Video aufdrehen. Und dann, ja, geht mir ein Halbgang. Das ist mein Top neue AirPods für dieses Jahr. Ja, so, folgen auf den Ingast haben bei den Linken. Ich schreibe, um die Chatbarkspielfolge. Wenn euch das hier im Erdvideos-Videos abgibt, könnt ihr euch auf jeden Fall mal oben freuen. Und auch bei 100.000 Likes werden wir nun mal auf mein Kleid reagieren. Und bei 1,7 Abonnenten werden wir nun mal die ganze längere Videos machen. Und ihr könnt mal in den Kommentaren schreiben, wie ihr euch direkt oben erfahren habt. Welche Wünsche habt und welche Fragen habt. Und dann abschließt mit dem V25 raus. Und dann würde ich sagen, tschau.